Es knistert gewaltig zwischen Lelia Lahua und Mike Heiter, und jeder soll es sehen, die beiden nehmen ihre Follower mit in ihr Liebesabenteuer. Leyla Lahua und Mike Heiter – perfekter Kussmoment im Club Nachdem Mike Heiter, 31, der Dschungelprinzessin Leyla Lahua, 27, im australischen Busch eigentlich eine Abfuhr erteilt hat, daten sich die beiden nach der Show jetzt doch. So haben sie ihre Fans an diesem Wochenende erst mit einem zuckersüßen Kochvideo auf Instagram überrascht, in dem Leyla ihrem Date Mike allerlei Tipps und Tricks rund ums Kochen verrät. Das Ergebnis – Ofenlachs mit Kartoffelspalten und Gurkendill-Salat. Doch die beiden teilen auch intimere Momente mit ihren Followern. So posteten sie ein Reel aus dem Bett, und zwar gemeinsam, woraufhin einige Promis und Fans ganz aus dem Häuschen waren, und den beiden viel Glück wünschten. Jetzt haben die zwei Turteltauben eine Schippe obendrauf gelegt und einen Kuss vor laufender Kamera geteilt. Beim Feiern im Stuttgart küsst Leyla ganz behutsam und vorsichtig Mike auf den Mund. Und er küsst sie zurück. Die beiden teilen diesen romantischen Moment in ihrer Insta-Story. Doch nicht alle scheinen sich für die zwei zu freuen. So finden sich unter einem von Mike geteilten Insta-Video fiese Kommentare wie diese. Irgendwie schon schade, dass er nur zu Hause mit dir herumhockt, und mit dir feiern geht, anstatt dich irgendwo draußen essen zu einem Date einlädt. Ich geb denen maximal sechs Monate. Das hält eh nicht. Oder? Dachte eigentlich, Eugen steht auf sie, und Mike wollte daher eigentlich nichts mit ihr anfangen. Doch Leyla Lahua und Mike Heiter erhalten für ihre Liebe auch Verständnis und wundervolle Glückwünsche, wie diese. Ob das hält oder nicht, wird die Zeit zeigen. Lasst euch nichts vermiesen. Jedenfalls strahlt ihr beide zusammen. Leyla tut Mike gut. Egal was andere sagen, zieht euer Ding durch. Wow! Leyla, du wirst ja immer schöner. Mike, halte sie gut fest und lass sie nicht mehr gehen. Sonst bereust du es eines Tages. Und so reagiert Dschungel mit Camper und Zuschauer Liebling Fabio Kness, 30, auf die süßen Nachrichten. Er kommentiert mit PowerChamp.